Hallo und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten von wetter.net. So kurz vor Weihnachten hat sich das Wetter wohl eher für Frühlingsluft entschieden. Tiefdruckgebiete versorgen uns am Wochenende mit vielen dichten Wolken, Regen, Wind und sehr milder Luft. Mit Wind bekommen wir es vor allem heute Abend und in der kommenden Nacht zu tun. Vor allem Richtung Nord- und Ostseeküste, aber auch in den höheren Lagen. Und Richtung Alpenrand muss örtlich mit stürmischen Böen gerechnet werden. Dazu ziehen teils kräftige Regenschauer durch. Dafür ist die Luft sehr mild. Die Tiefstemperaturen morgen früh gehen auf Werte meist zwischen 5 und 11 Grad zurück. Und daran wird sich dann auch im Laufe des Tages nicht viel ändern. Der Himmel bleibt überwiegend bedeckt. Südlich der Mittelgebirge weht ein recht starker bis stürmischer Wind. Dazu sind immer wieder teils kräftige Regenschauer unterwegs. Die Temperaturen dagegen bleiben sehr mild. Entlang des Rheins erreichen die Höchstwerte sogar bis zu 14 Grad. Winterwetter sieht dagegen ganz anders aus. Auch sonst liegen die Höchsttemperaturen morgen im Tagesverlauf bei Werten meist zwischen 9 und 11 Grad. Auch am Abend ändert sich daran nicht viel. Der Himmel bleibt überwiegend bedeckt. Regenschauer ziehen weiter südöstlich ab. Erst später lockert es ganz allmählich hier und da etwas auf. Am 4. Advent dagegen erreichen uns wieder dicke Regenwolken und versorgen uns erneut mit vielen dichten Wolken und teils kräftigen Regenschauern. An Heiligabend werden dann die Wolkenlücken wieder etwas größer und größer. Die Luft wird sogar etwas kühler. Allerdings bleibt weißes Winterwetter weiterhin eine Ausnahme. Und daran wird sich auch am ersten Weihnachtstag nicht viel ändern. Eher im Erzgebirge sind ein paar Schneeflocken mit dabei. Das war's von den Wetteraussichten. Nähere Informationen zum Wetter findest du jederzeit unter wetter.net oder du abonnierst ganz einfach unseren Kanal. In diesem Sinne ein frohes Weihnachtsfest.